Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zu Fiders Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind Anfang der letzten Aufnahmesession, nachdem wir endlich das Armeelager platt gemacht haben, in der Oase angekommen. Also ein kleiner Zwischenstopp, bevor wir nach Amektanka kommen, wo es dann auch aus weitergehen sollte. Vorher machen wir aber die wachende Festung, bevor wir mit der Hauptstory weiterfahren, also sobald wir in Amektan sind. Das könnte dann lustig werden. Also, erstmal erkunden wir die Oase fertig. Warum erzählt ihr mir nicht etwas über Rashe-Man? Ihr habt zwar schon mal darüber gesprochen, ist aber nie beschrieben. Und ich habe nicht gehört, dass irgendjemand anderer es mal erwähnt hätte. Oh, aber jetzt müssen Eri und Miss erst kurz ein Gespräch führen, ha? Das Rashe-Man so weit weg liegt. Nur Bo hat für mich die Schritte gezählt, die ich seit Beginn meiner Rashe-Man getan habe. Aber selbst Bo hat das inzwischen vergessen. Bo behauptet, die Zahl sei sehr groß. Vielleicht sogar größer als die Anzahl der Hintern, die in Minsk unterwegs verdienter Massen die Dritte der Gerechtigkeit verpasst hat. Na, das denke ich schon. Du bist wahrscheinlich ein paar 10.000, 100.000 Schritte gegangen. Auch mit uns allein schon. Und ich glaube nicht, dass du so viele Hintern verdroschen hast. Das allerdings kann ich kaum glauben, auch wenn Bo in solchen Dingen meist sehr zuverlässig ist. Ja. Aha, Rashe-Man. Rashe-Man ist also sehr weit weg. Aber was für ein Ort ist das? Hat es euch dort gefallen? Es ist ein wunderbares Land mit vielen Feldern. Das könnte nur noch verbessert werden, wenn man hier in einem Walddäufer der Berserk-Kallosche einen ganz persönlichen Hamster zuweisen würde. Bedenkt doch nur einmal die Möglichkeiten. Aber was ist mit den Hexen? Ihr sagtet doch, Dünner hier sei eine Hexe, oder? Ja, Dünner hier war eine gute Rashe-Mie-Hexe. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Hexen auch eigene Hamster brauchen. Dünner hier hat Bodhi so ganz akzeptiert. Sie hat ihn immer so böse angestarrt, dass ihm Angst und Bange wurde. Äh, also Eri kichert. Ist ja schon gut, ihr großer Kindskopf. Ja. Fragt nur, keine große Herausforderung. Also das meiste haben wir hier, glaube ich, schon geplündert. Wir sind jedenfalls schon wieder ziemlich voll mit Zeug. Können wir den mal kurz identifizieren. Eine Retterrüstung plus zwei. Haben wir eigentlich schon. Rüstung des Hirsches. Schrupaks Plattenpanzer. Okay, da trägt immer noch das Stück. Ja, okay, Don. Ah, nö, nicht unbedingt. Du bist damit auch nicht unbedingt besser dran. Das heißt, ab zu Minsk damit. Ja, noch mehr Pfeile. Komposit-Langbogen plus drei. Was ist mit den Sachen? Noch ein Komposit-Langbogen plus drei. Und jetzt sind wir ziemlich überladen. Der Beantworter. Ja. Den heben wir mal auf. Das kann ja hier einmal trinken. Ein Speer. Oh, da ist noch ein Gegner. Die Jungs finde ich ja immer ulkig, wie sie laufen. So, die hatten wir, soweit ich weiß, schon geplündert. Dichter haben wir noch nicht geplündert. Und dich, glaube ich, auch noch nicht. So. Das sind hübsche Speere. Das sind Speere plus zwei nur. Noch ein Komposit-Langbogen plus drei. Und noch mehr Pfeile. Fragt, wenn ihr es wollt. Äh, wir sind immer noch überladen. Das sind Bastards-Schwerter plus drei. Okay. Dein Gepäck ist voll. Dann geht das jetzt mal an dich. Was ist mit den Lederwämsen? Können wir auch noch nicht identifizieren. Oh ja. Die Beiden Sachen hier. Einmal der Steckbrief. Dieses Schriftstück scheint ein offizieller Steckbrief zu sein, der vom Königshaus von Tete unterzeichnet wurde. Es werden 100.000 Goldmünzen belohnt für den Kopf von Talisa angeboten. In dem Dokument wird betont, dass zwar die ganze Ballboden äußerst gefährlich ist, aber dass vor allem Talisa für die Zerstörung von Saadendusch und für die zahlreichen Toten dort und an vielen anderen Orten Pfahlfeucht zu machen ist. Am Ende dieses Steckbriefes findet sich eine kurze, aber relativ gute Beschreibung anhand, deren man Talisa zweifelsfrei identifizieren kann. Aha. Ja, dieser Brief ist mit eleganter Handschrift gehalten. Meine getreue General Jammis, ich bitte euch, mit großer Hass zu marschieren und die Ballbrutalisse abzufangen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann. Umarke ich davon, ob sie wirklich dafür verantwortlich gewesen ist, was sich in Saadusch zugetragen hat. Können wir nicht zulassen, dass sie so weitermacht. Wir haben auch nicht die Zeit für eine ordentliche Gerichtsverhandlung, sollte es uns gelingen, sie gefangen zu nehmen. Unsere anderen Steckkräfte bemühen sich, die Ausschreitungen in Myratma einzudämmen und diejenigen, die unsere Stunde der Schwäche ausnutzen wollen, von unseren Grenzen fernzuhalten. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, Talisa aufzuhalten. Setz jedes Mittel ein, das notwendig ist und passt auf euch auf weiter, Freund. Können wir die Götter uns allen beistehen. Die königliche Monarchin Siranda Rendaun. Mhm. Ah, der Behälter ist voll. Was ist eigentlich mit dem Zauber hier? Chaos-Sphäre. Kannst du bereits? Kannst du jetzt auch. So, und du kannst jetzt auch brennende Hände wirken. Ja, der Behälter ist auch schon wieder voll. So, wir haben hier überschüssige Getränke. Ja, Ausrüstungsgegenstände sollten da rein. Und zwar Quest-Gegenstände hier rein. Und wenn manche Quest-Gegenstände, die hier drin sind, nicht mehr von Bedeutung sind, weil sie immer noch aus dem Hauptspiel sind. Und da ist nochmal eine Wache. Ja. So. 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 Das sind ein paar. Warum verdrigt der Kleriker Lathanthus bitte den Bogenschützen? Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Aufrecht und los. Schön. Hat es etwa wehgetan? Fragt nur, euer Wicht. Das wird wohl nie stärker Schmerzen als mich. Okay, alle sind hinüber. Heilig, da ist viel Geld drin. Noch ein Steckbrief. Was liegt hier noch? Das ist das Einzige, was wir noch so einmal identifizieren und Überraschung, noch ein Steckbrief. So, im Molen sagt man von allen die Pfeile ein. So. Einmal im Vertifizieren weg. Und ganz ehrlich, wir haben einen von den Steckbriefen, der reicht völlig aus. Aber ich glaube auch nicht, dass der viel wert ist. Ich hoffe hier nochmal, dass das das jetzt hier war mit der Meute. Sieht aber fast danach aus, dass wir hier alles gesäubert haben. Wobei ich die Pfeile eigentlich gar nicht benutzen sollte. So, nur die hier und dann mit dem Bogen so schießen sollte und die. Na gut, die Pfeile plus zwei, die könnte ich eigentlich auch verschießen oder verkaufen. Wenn wir irgendwann dann mal den Kücher haben, mit dem wir plus zwei Pfeile verschießen können. So, schaffen wir uns mal hier die Rüstungen, die wir nicht identifizieren können von allen denen. Du warst die Klerikerin. Du hast noch ein Schwert dabei gehabt. So, das kann Airy leider nicht so identifizieren. Ach, das bleibt mal bei ihr. Sie hat ja Platz. Dann kehrt uns Sack hier mal Bögen ein. Und Speere. Kannst du nichts mehr einsacken? Ja, keine große Herausforderung. Du kannst aber noch was einsacken, so. Na komm, das können wir noch stacken, dann bist du auf. Ist was los? Ich war schon erledigt. Also ist es noch Jahrhierer übrig, die hier. Zeug einsacken kann. Ja, das ist jetzt noch Jahrhierer übrig, die hier. So, die Bögen hier noch. Ach ja, und wir sind wieder völlig überladen mit Tränken. Bögen, 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 Pfeile. Der Behälter ist voll, okay. Okay. Da haben wir Sperre gelagert, mehrere. Das sind noch mehr Pfeile plus eins, die wir verkaufen können. Das sind alles Kompostit lang, die wir verkaufen können. Hm. Ja, langsam wird's voll hier. Okay. Kann sie eigentlich auch die Sperre, ja, die Sperre kann sie auch identifizieren. Kann hier so gut wie alles weg. Die Rüstung nicht, aber die ganzen Sperre hier. Können weg. Können weg.